In diesem Video werden wir über die Initiativen in BSC Designer Online sprechen. Ich schlage vor, dass wir mit einer kurzen Einführung zum Ansatz hinter Initiativen beginnen und betrachten, wo sie in der strategischen Planung stehen. Wenn wir strategische Planung betreiben, arbeiten wir auf verschiedenen Abstraktions-Ebenen. Wir beginnen mit einigen allgemeinen Dingen, wie der Mission des Unternehmens, der Vision und den strategischen Themen. Dann bewegen wir uns auf die untere Abstraktionsebene. Dort sprechen wir über die Perspektiven und die spezifischen Geschäftsziele, wie in diesem Fall das Geschäftsziel Kundenservice verbessern. Dann gehen wir weiter und diskutieren, was genau wir mit einem Geschäftsziel meinen. Und um diese Frage zu beantworten, verwenden wir Indikatoren. Wir definieren Frühindikatoren, die uns helfen, unsere Bemühungen zu quantifizieren, wie in diesem Fall den Indikator durchschnittliche Antwortzeit. Und wir definieren auch Spätindikatoren, die uns helfen, die Ergebnisse zu quantifizieren. In diesem Fall ist das die Kennzahl Kundenzufriedenheit. Das sind die verschiedenen Abstraktionsebenen der strategischen Planung. Wir wissen, was die Gesamtstrategie ist. Wir kennen die Geschäftsziele und wir wissen, wie wir diese Ziele messen können. Ein Teil, der fehlt, ist die Antwort auf die Frage, wie genau werden wir die festgelegten Ziele erreichen. Wie genau wollen wir in diesem Fall den Kundenservice verbessern? Um die Antwort auf diese Frage abzubilden, können wir Initiativen verwenden. Diese beiden Zeilen hier, mit dem kleinen Klemmbrett-Symbol, sind die Initiativen, die auf dieses Ziel ausgerichtet sind. In diesem Beispiel werden wir, um den Kundenservice zu verbessern, folgendes tun. Einmal einen Verbesserungsplan entwickeln und einen Omnichannel-Kundenservice implementieren. Lassen Sie uns nun einige Details zur Verwaltung von Initiativen in BSC Designer Online besprechen. Um zum Initiativen-Dialog zu gelangen, gehen wir auf die Registerkarte KPIs und klicken auf die Schaltfläche Initiativen. Alternativ können wir auch einfach die Taste I auf unserer Tastatur drücken. Das ist eine der Möglichkeiten, hierher zu gelangen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Schaltfläche Initiativen über der Strategiekarte zu verwenden. Oder einfach direkt auf die Initiative zu klicken, die mit dem Ziel ausgerichtet ist. Hier ist also der Initiativen-Dialog. Das erste, was ich sehe, ist die Liste der Initiativen, die ich mit dem Ziel ausgerichtet habe. Wir können sie verschieben, wir können sie entfernen und wir können sie bearbeiten. Außerdem können wir diese Kontrollkästen verwenden, um auszuwählen, ob bestimmte Initiativen auf der Strategiekarte angezeigt werden sollen oder nicht. Wenn wir eine Initiative eröffnen, sehen wir eine Reihe von Eigenschaften. Den Namen der Initiative, ihre Beschreibung, eine Liste der Dokumente, die mit der Initiative abgestimmt sind. Hier kann ich einen Link zum beliebigen externen Dokument einfügen. Und den Besitzer oder Eigentümer der Initiative. Hier kann ich einen Benutzer auswählen, der in meinem BSC Designer-Konto registriert ist. Die zusätzlichen Eigenschaften auf der rechten Seite helfen uns, die Initiative besser zu beschreiben. Das erste, was wir entscheiden können, ist die Art der Initiative. Eine klassische Initiative ist eine Art Aktionsplan, der die Dinge beschreibt, an denen wir arbeiten wollen. Aber Aktionspläne sind nicht die Einzelmöglichkeit, Ziele zu konkretisieren. Wenn wir eine hervorragende Strategiebeschreibung erreichen wollen, ist es sinnvoll, sich Folgendes zu notieren. Einmal der Grundgedanke, der hinter dem Ziel steht. Die Hypothese, die wir zu validieren versuchen. Die Faktoren der erfolgreichen Ausführung eines Ziels, sowie die wertvollen Ergebnisse, deren Erreichung wir erwarten. Sie können den Initiativen-Dialog verwenden, um all diese Ideen zu notieren. Die nächste Eigenschaft ist der Status. Damit kann man den Status der Initiative ändern. Was ist in diesem Fall der Status? Wenn wir mit einer Initiative arbeiten, durchläuft sie in der Regel bestimmte Phasen. Wenn wir zum Beispiel den Kundenservice verbessern wollen, beginnen wir mit einer allgemeinen Beschreibung. Zum Beispiel, die Leute schreiben uns über verschiedene Kontaktkanäle. Das entspricht also dem Status Beschreibung. Dann können wir den Status auf Analyse ändern. Wir könnten zum Beispiel eine Frage stellen. Müssen wir die Benutzer wirklich über all diese verschiedenen Kommunikationskanäle hinweg unterstützen? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, werden wir mit der Arbeit an dieser Initiative beginnen, bzw. ihren Status auf Inbearbeitung ändern. Sobald das erledigt ist, werden wir den Status auf Überprüfen, damit der Vorgesetzte die Ergebnisse überprüfen kann. Und abschließend können wir den Status auf Fertig ändern. Dieser Workflow hilft uns, die Initiativen zu verfolgen, um zu wissen, wo wir in Bezug auf die Strategieausführung stehen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie etwas Ähnliches in Ihrer Organisation haben, können Sie jederzeit auf die Einstellungen gehen. Und in der Registerkarte Workflow können Sie diese Status entsprechend dem Ändern, was Sie in Ihrer Organisation verwenden. Wie werden die Status also in der Praxis verwendet? Wir können zum Beispiel einen Aktionsplanbericht erstellen. Und wie Sie sehen können, ist einer der Spalten in diesem Bericht der Status der Initiative. So können Sie eine Zusammenfassung erhalten, wie unsere Strategie ausgeführt wird. Lassen Sie uns nun mit den anderen Eigenschaften der Initiativen fortfahren. Was ist, wenn wir an einer langfristigen Initiative arbeiten? Es wäre sinnvoll, unsere Fortschritte zu verfolgen. Höchstwahrscheinlich haben Sie bereits einen Indikator auf Ihrer Scorecard, der diesen Fortschritt anzeigt. Mit der Eigenschaft ausgerichteter KPI können Sie diesen Indikator auswählen. Auf diese Weise ist die Software in der Lage, den Fortschritt der Initiative zu zeigen. Als nächstes haben wir den Zeitrahmen mit dem Startdatum und der Deadline für die Initiative. Wir wechseln auf die Registerkarte Dashboard, wo wir ein Zeitdiagramm haben. In diesem Diagramm sind die kleinen Plus-Symbole zu sehen. Wenn man mit der Maus über diese Symbole geht, sieht man den Namen der entsprechenden Initiative. So sieht man, dass vermutlich einige der Initiativen zu der Veränderung beigetragen haben, die in der Grafik zu sehen sind. Die nächste Gruppe von Eigenschaften hilft uns, die mit der Initiative verbundenen Ressourcen zu definieren. Das Budgetfeld sagt uns, welches Budget der Initiative zugewiesen wurde. Aus der Liste der Währungen können wir eine der im Konto verfügbaren Währungen auswählen. Diese Währungen können auf der Registerkarte Organisation der Einstellungen angepasst werden. Dieses Feld hier zeigt die tatsächlich angefallenen Kosten für die Initiative an. Und im Feld daneben sieht man die Differenz zwischen Budget und den tatsächlichen Ist-Kosten. Abschließend gibt es das Feld Dauer, in dem wir die zeitlichen Ressourcen angeben können, die für die Fertigstellung dieser Initiative benötigt werden. Wie können wir diese Eigenschaften also in der Praxis nutzen? Die Software kennt die Budgets, die den Initiativen zugeordnet sind, und sie kennt auch die benötigte Zeit. Mit diesen Informationen kann BSC Designer für uns den Bericht Kosten der Strategie erstellen. In diesem Bericht werden all diese Details zusammengefasst und die Gesamtkosten für die Ausführung der Strategie werden berechnet. Eine interessante Frage ist, was die Software macht, wenn wir Initiativen in verschiedenen Währungen definiert haben. Wie es zum Beispiel vorkommt, wenn ein Unternehmen in verschiedenen Märkten arbeitet. Nun, die Software verwendet Wechselkurse und konvertiert Budgets in verschiedenen Währungen in ihre Hauptwährungen. Das ist in diesem Bericht zu sehen. Die Beträge sind in meiner Hauptwährung, in meinem Fall sind das Euro, angegeben und die Gesamtsumme wird ebenfalls in meiner Hauptwährung umgerechnet. Wenn wir schließlich aktiv mit Initiativen und Budgets arbeiten, können wir die Registerkarte KPIs nach unseren Bedürfnissen anpassen, indem wir auf diese Schaltfläche hier klicken. Hier sind die verfügbaren Spalten. Die Spalte Initiativen mit der Schaltfläche Initiativen, die wir bereits verwendet haben. Initiativen Alle, um alle Initiativen anzuzeigen. Und es gibt auch Initiativen Aktuell, um nur Initiativen anzuzeigen, deren Zeitleiste zum aktuell gewählten Zeitraum gehört. Lassen Sie uns diese Spalte anzeigen. Gehen wir nun zurück zum Initiativen Dialog. Wir sehen, dass die Initiative Verbesserungsplan entwickeln für den Januar 2020 geplant war. Und die Initiative Omnichannel Kundenservice implementieren war für den Februar 2020 geplant. Wenn ich im Kalender nun zu 2020 springe und hier den Januar auswähle, sehe ich die für diesen Zeitraum relevanten Initiativen. Wenn ich den Februar wähle, sehe ich andere Initiativen. Kommen wir zurück zu den Spalteneinstellungen. Wir haben hier einige Spalten, die sich auf das Budget beziehen. Hier sind sie. Wir haben das, was ich bereits gezeigt habe. Das Budget, das tatsächlich ausgegebene Budget und das verfügbare Budget. Außerdem haben wir ein paar zusätzliche Spalten. Und zwar das verwendete Budget in Prozent und das verbleibende Budget in Prozent. Das sind wir uns einige dieser Spalten auswählen und schauen, was passiert. Nun zeigt mir die Software die Budgetinformationen für das Ziel an. Außerdem fasst die Software bei mehreren Initiativen die Budget- und Ist-Informationen zusammen. Anhand dieser Informationen sehen wir, dass das zugewiesene Budget und die tatsächlichen Ausgaben für jede der Initiativen sowie die Zusammenfassung für alle Budgets, die mit dieser Strategie zu Gorka zusammenhängen, angezeigt werden. Das ist fürs Erste alles, was ich Ihnen über die Initiativen in BSC Designer zeigen wollte. Wie Sie sehen können, helfen uns die Initiativen, die Aktionspläne und andere relevante Details zu präsentieren, die unser Team für eine effektive Strategieausführung benötigt. Ich würde vorschlagen, Sie melden sich für ein kostenloses Abonnement von BSC Designer an und probieren diese Funktionen aus. Wie immer steht Ihnen unser Kundenservice-Team bei Fragen gerne zur Verfügung.